was soll die sich nicht beim schmatzen hören die zuschauer okay ich bin da aber dass da an die city park public herzlich willkommen online den sack hoch du sagst du musst anstehen ja jetzt ja ach so warte 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 dann laut mal den klang hier verlaufen ich hoffe das klappt doch alles wie ich mir gedacht haben so geht los weiß nur nicht wie ich dich wieder habe ich wieder nachher leise im video oder so weil ich habe jetzt so gemacht wie ich normal bei preps einstellen muss obwohl ich habe ja alle beide eigentlich die schon online töne und uns vielleicht muss ich schon online tone auslassen weiß ich gar nicht egal aber falls bei dir der ton nicht wirkt hört man sich wenigstens nix weg wieder regen aber auch wieder schön animiert neu oder nenne golf kann man ja trotzdem was spiel dafür nicht immer noch gut und christ macht seinen ersten schlag ja oder so machen wir jetzt kein display hier das bleiben lassen über den kronen ich glaube dafür bin ich nicht so die püppi macht das für mich schon die schreit da sogar fairway ja ja ich sehe gerade nicht gleich so nachher und spielen kann man immer aber da hat ja regnet ein schläger mehr und nicht im roten bereich kommen und das war einer von unseren alten freunden noch online ist da ich jetzt alle meine spiele die ich machen computer haben ein bisschen testung nebenbei dann machen dann weiß ich wenigstens dass die funktionieren was nicht funktioniert auch noch mal sehen also bei rotos war ich noch nicht so gut wo ich da gestern das getest habe aber hätte aber weiter ich weiß nicht ob damit die stange hier noch geht Tja, das muss man alles machen. Oh, der sieht gerade aus, aber ist nicht gerade. Und wie sagte mein Lehrer immer, mindestens 30 Prozent, also 40. Sonst ist es zu langsam. Oh, der ist auch langsam. Hä, doch ein bisschen... Bei wem warst du denn in der Schule? Ja, war ich auch, bei Bertie. Bertie! Oh, die hat mir jetzt gerade auch gesagt. Bertie, die kennt den. Die alte. Die kennt den Bertie. Und? Nö, wie gesagt, frisst beim Schlagen. Das war aber jetzt ein bisschen komisch. Aber es waren doch immer 30 mindestens, sonst wäre es zu langsam. Sonst macht der ja wieder seine krumme Kurve. Na, jetzt sollte ich mich mal von meinem Weihnachtskostüm trennen, ne? Ich merke gerade, ich kriege da Ding wohl nicht mehr los. Oder ich spiele bis Weihnachten dort. Na, eben, wollte ich sagen, kommst du Weihnachten wieder. Da habe ich mir noch die Mütze. Hä? Was denn will? Wir sind jetzt hier. Ach so. Haus oder was? Ja, Doktor Haus. CT Park. Ähm. Waren wir hier schon mal? Weiß ich doch nicht, wo muss ich hin? Äh, da frage ich mich eigentlich auch. Ich kann ja gar nicht sehen, wohin, oder? Nein. Da sind drei... Badepfützen, aber sind da rüber. Ich weiß noch nicht, was nötig ist. Keine Ahnung. Wo muss denn hier hin? Pass auf, du machst die Scheiben kaputt. Ach so. Ja. Hä? Ich weiß auch nicht, wohin hier. Moment. Das ist wieder was Neues. Mal sehen, ich gucke hier mal da. Durch und raus! Ach, rechts am Haus vorbei. Jetzt habe ich es gesehen. Oh, da muss aber erstmal gucken. Boah. Ja, da schlägst du direkt in den Baum rein. Also. Ja, rückwärts gehen. Ah. Ja, du musst über dich dran. Ach so, da ist der Fluss. Oh, ja, wo, wo, wo. Mal gucken, ich hab da ein bisschen anders. Oh, ah ja, ich hab einmal hier rechts getroffen, glaube ich. Ach, der Baum meins her. Der darf nur nicht im Wasser fallen. Ah, so. So geht's. Und da drüber ist er. Hä? Ah, jetzt weiß ich. Ja, jetzt, glaube ich, habe ich gemerkt. Rechts, da ist das komische Feld, da muss er hin. Äh. Da bin ich noch nicht über die Straße, ja. Das ist ja Bußgeld. Ja, mindestens 80 Mücken. Ja. Ja. Mal gucken. Also über ein Haus direkt geht's nicht. Das wäre natürlich am einfachsten. Gucken. Äh, da trifft es zwar auch ein bisschen ab, aber das ist die Richtung, die man, glaube ich, mal angehen sollte. Ja, das war. Boah. Habe ich noch nie gespielt. Ne, also das weiß ich auch noch nicht. Habe ich auch noch nicht. Irgendwie. So, dann wollen wir mal gucken. Erst mal am Haus vorbei. So, dann schläger zurück. Dann wäre er gerne durch die Fenster. Ja, das wäre natürlich geil, wenn er gehen würde. Das wäre was ganz neu. So. Glauben wir gucken, wie dann Bommen geht? Nö. Nein, Scha. Nein, Scha. Nein, Scha. Ja, die alte Quatsch nicht fallen. Nein, Scha. Ich treff das Fenster. Nein. Nein. Nein, Scha. Nein, Scha. Nein, Scha. Nein, Scha. Nein, Scha. Oh. 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 Ist das da hinten schon das Loch? Kann aber nicht sein, oder? 300 Meter. Ach so, dann ist das ja. Oh, jetzt wird es schwierig. Ich muss mal gucken. Das muss natürlich wieder eine volle Power-Schläger nehmen. Dann kommt ja nieder an. Und der Windberechnung. Oh, der ist ja noch weiter weg. Da kommt ja gar nicht hin. Aber dauert ja noch ein paar Schläge. Ist das kein... Oh, der ein Run-Loch. Schei. Boah, die geht aber auch jetzt schnell in den roten Bereich. Hab ich schon gemerkt. Man muss ja richtig reagieren. Aber richtig. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Du hast keinen Wert, Andi. Hab ich nicht mehr? Was hab ich denn für meinen? Ich dachte... Ach ja, stimmt ja. Ja, gut. Ich war ja so. Ah, ich konnte mich nicht verholen. Und jetzt kommt die Szene, wo der dann... Oh, sagen muss. Ich konnte mir nichts leisten. Oh. Kennst du doch. Ja, man kann ja alles mal ein bisschen nachspielen. Mal gucken, ob du jetzt durchkommst. Ja, pass auf. Ja, pass auf. Ja, du hast... Oh. Tornado. Tornado. Die waren ja im Sonderangebot. Ich weiß gar nicht, ob ich den Schläger vorher repariert habe, überhaupt. Seid ich auf dem Russen im Sand gesetzt. Besagt hat den Leuten, die dich jetzt hören, ob die damit einverstanden sind. Die sagen jetzt bestimmt gerade ein Stück Brot dazu. So, wo war. Mal gucken. Ah, Großvon Bayern war knapp. Und, 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 und. Ei, 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 boah. Ach, da war ein Berg. Da war eine Welle. Da war die NdW, die neue deutsche Welle. Aber... Was ist denn, glaube ich, ein Vierer? Vierer. Vierer. Boah. So, mal gucken, dann ist es wieder den... Ah, ja, auch 122. Ne, ich... Jetzt habe ich die ganze Waffelpackung innerhalb von einer... einer Minute gegessen. Boah. Wir sind seitdem. Wir haben erst ein paar Löcher. Zwei Löcher. Und muss ich später abtrainieren. Das geht gar nicht. Oh, ja. Ja, ja, hier beim Golf weiß ich nie, ob es jetzt... Dann müssen wir noch ein härteres annehmen. Ich habe ja schon. Also. Aber jetzt muss ich noch mal. Ja, ich habe auch einen Donut. Da die komischen... Nufficholade sind sie bald auch leer. Den Donut hatte ich hier. Den Donut hatte ich hier. Den Donut hatte ich hier. Den Donut hatte ich hier Werbung machen. Danke. Natürlich. Aber sicher. Die freuen sich. Ja, noch da hab ich ja. Am Montag. Oh, die hören ja alle zu. Nein. Das ist nicht. Weil ich ja am Montag muss. Ich muss noch mit. Ich muss zu meinen Vorlesungen. Scheiße. Ich muss ja auch passen. Die hören ja alle mit. Äh. 24. Links nach rechts. Und zweimal... Ah, das ist ja jetzt am Montag schon, ne? Ja, ja. Montag. Jetzt ist Montag. Karte habe ich schon besorgt. Eintrittskarte sozusagen. Ja. Schon so blöd, aber der erste Ticket, den man selber bezahlen muss. Chris aber nicht wieder. Ne. Kannst du vergessen und wenn. Lohnt sich ja gar nicht. Ich dir morgen Kulisse. Ja, oder so. Morgen? Naja. Äh. 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 Ach ja, noch ist es Freitag. Naja. Naja. Irgendwann wärs wohl auch mal ne. M.M. kriegen. Äh. Meinst du nicht? Ja, ich weiß nicht. Nein. Du hast ja gesagt, du kannst... Ahhhh. Du kannst da nicht anfangen. Ich kann überall anfangen. Ja, ich denke, das nützt nicht. Du musst mehr Stunden haben, oder? Ja, manchmal. Also nicht mehr Stunden im Meer. Sondern am oder am Meer. So, Valorca-mäßig. Nein. Da ist gesorgt nur jetzt, ja. Äh, und? Na? Wo? 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 Ja, ich mach keine Keule. Ich blieb weg. Keine Keule. Äh. Oh, Entschuldigung. Sagt hat die Leute hinter uns. Ich weiß nicht, ob sie jetzt auch wirklich alles schön aufnimmt, da zieht man ja erst nach, ja. Ich habe es so eingestellt, wie ich das letztens gemacht hatte. Mal sehen. Na, das Loch ist scheiße. Das Loch ist ein bisschen zu klein für dich. Mach mal so eine Größe. Ich gehe mit den Sporten hin und... Oh, da war aber ein gerader Satz. Buff. 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 Nice one. Ja, die redet auch mehr, die alte. Merke ich gerade. Solange nicht die verrückte Oma vom Gronki ist. Oh, jetzt habe ich die schon zweimal erwähnt. Ja. Man denkt nachher, ich will mich mit dem profilieren. Aber ich finde den Gronki eben gut. Gronki, Gronki, Gronki. Gronki ist scheiße. Boah. Du, Wunsch eines einzelnen Kritikers soll ich abknallen. Nee, Gronki ist gut. Ja. Aber ich schätze mal, der hat die ganze Schublade schon voll mit Videos. Der hat schon ein Jahr lang darauf vorbereitet. Weil guck mal, wie schnell die kommen. Der hat ja nur 8 Stunden am Tag Zeit. Der hat doch gesagt, der macht irgendwie, was weiß ich, mehrere Stunden am Tag. Am Spielen, jedes Spiel. Hallo. Du siehst ja, wie schnell die... Und dann streichen er die Videos, ja. Ach so, ja, gut. Ja, sonst könntest du das gar nicht machen. Das schaffst du gar nicht. Weil der Tag hat leider nur 24 Stunden. Außer bei der Arge. Da haben wir 28. Pairway. 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 Also würde ich das ja auch machen, wenn ich mal da richtig professionell machen würde, wenn ich das Equip... Professionell. Wenn es ein Equipment dafür hätte... Ja, gut. Wir haben ja nur... Wir haben ja nur... Oh, darf ich den nicht erwähnen? Weiß ich gar nicht. Das ist heute... Ja. Das Einzige, weil ich habe, ist Frebs, ein Computer... Ein Aufruf an Interpol. Weil ich habe ja nur Frebs und Computer, ja. Und gute Ideen ab und zu machen. Und Camtasia nicht, oder was? Äh, Camtasia kannst du ja eine Pfeife rauchen. Oh, habe ich jetzt die Firma vielleicht. Camtasia ist super. Nein, aber... Aber... Die kannst du vergessen. Bei Screenshots, dann ruckelt das nur. Also, da brauchst du ja entweder einen Supercomputer, oder... Was weiß ich. Das ist... Nicht... Kann ja sein, dass nur bei mir nicht funktioniert. Weil sie mir jetzt eine Nachricht schicken. Doch, nix geschlechtet, dann kriegst du die halbe Provision. Ja. Die Dings benutzt jetzt auch Camtasia, die macht jetzt auch Let's Plays. Wer? Äh... Tiger. Was? Lilea? Tiger. Nö? Komm, warte hin. Äh, zum heute machte die irgendwie zum Beispiel Sherlock Holmes oder so. Und, äh, Minecraft ab und zu, da macht die auch ein paar Videos von. Ich denke, die wollte ja nur Psychologin machen hier. Ja, die macht jetzt alles. Die ist allround. Hast du eigentlich den Link von ihrem Youtube? Ich hab doch irgendwie abonniert. Muss ich mal gucken, naja. Ich dachte, die wollte nur Dings machen. Ach, will die jetzt in meine Fußstapel treten, oder was? Na, die will dich wegdrehen. Auch, ja, ich glaube, die Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, gut, ich mach ja... Jeden Tag mal ein Video, mal ein Häuschen bauen. Oh, siehst du, die gehen... Weil im Moment gehen die weg wie warme Semmel bei Planet Minecraft. Weil ich hab da so'n modernes Wohnbrock gemacht, direkt 14 Leute abgeschnappt. Ja, meine Bauten sind besser. Nein, der einzige war ja der Twin Tower, der ist ja noch besser weggegangen. Jetzt haben sie ja neun gebaut. Ich muss sie wieder nachbauen, ne? Ah! Muss ich noch ein bauen jetzt? Ja, ja, die haben jetzt die neun fast fertig. Nur noch die Spitze. Der sieht ein bisschen anders aus. Den musst du dann... Den musst du dann ein bisschen nachbauen. Ja, nix nachbauen. Meiner ist besser. Und meine Windmühle... Bazinga, Bazinga... Bazinga, Bazinga... Bazinga... Bin ich online? Bin ich im Fernsehen? geht es ein bisschen besser wenn man beobachtet wird von Leuten die hinter einen stehen solange nicht die Oma vom Gronkh ist ne danke die habe ich gesehen gehabt also ich möchte auch nicht im Dunkeln begegnen du musst jetzt hinzufügen dass du die Oma aus dem Spiel meinst nicht seine Oma ach so nein ich meine natürlich die Oma aus dem Spiel ja stimmt da habe ich jetzt gar nicht nachgedacht aber der hat noch nie von seiner Oma hat er aber auch noch nie erwähnt dass er nicht sein ich sag nichts mehr stimmt ja stimmt kommt dann nicht mehr erst nachher ja jetzt mal gucken komm John was hast du mir gezeigt der John hat ja nicht mitgespielt nein aber der hat es mir der hat auf den einen oh guck mal ach scheide wo ist es denn weiß ich auch nicht also war gut aber der war irgendwie zu weit ja in der Richtung die stimmte doch schon mal ja on green ja on green war gut war gut ja guck mal der kam schön aber der ist irgendwie zu weit ja da geht es ja bergrunter das ist ja mal die Berechnungstherapie nein der war scheiße mal gucken die Richtung sag ich jetzt mal stimmen erstmal land oh ne der ist weit abgetragen jetzt sag ich nur hast du den Rückwerkeffekt ne der sollte eigentlich da rüber aber naja ich hab verzogen ja ich glaube der bewegt sich kaum aber mit 50 komme ich ja nicht hin und so dreht es ja mindestens weil der dreht sich nämlich sonst nach links oder rechts weg ne das sieht ja auch noch zu langsam kommt drehen ja weil er die Drehung irgendwie nie hinkriegt was er für noch ein Dreier schade zu lang ich bin nicht hundert 90 bloß und wo der Drehung auch nehmen dieser Brau die Nachbarn hat noch immer zu machen machen hier von dem Spiel selber oh weil sonst hat man immer die Töne F1,2 und F3 oder 1,2,3,4 aber geht ja nicht ne jetzt geht doch noch weiter hey du spielst ja weh ich ich wollte mich anpassen ja ich merke gerade übertreibend noch nicht das ist mein Revier oh wie elegan und dann noch in so'n roten schnickes Outfit hier ja das ist natürlich der knaller der Weihnachtsmann ja ich habe noch was im schwarz aber wir sind doch nicht im Trauer hast du noch was kleines schwarzes ich habe noch was kleines schwarzes ja das kleine schwarze wo ich da immer eins ja 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 so seht's bundesliga gibt's ja auch achso ja oh wo sind wir denn hier erstmal gucken über die Brücke ja wir sind auf Pearl Green ja das kennen wir schon aber mal gucken wo muss man denn hier über die Brücke ne warte mal wo war der Loch braß der Loch und der Loch und der Loch ja wo ist denn der Loch und der Gerät und der Gerät und der Loch ja hast du auch ne Mütze oder was ja ja im Moment ist ja der Anfang wo muss denn jetzt hin Moment zum Ende ja das hatte ich mir fast gedacht irgendwie ach da hin boah ich muss ab und zu mal rechts oben ist doch so ein kleiner Hinweis oh kein Wind was denn hier los kein Hinweis wo wir haben Wind still heute Schwinger ah das mal ein Schwinger 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 ich vergesse immer da oben rechts zu gucken die haben ja schön aufgebaut da oben kannst du auch noch größer machen ach ne brauche man gar nicht mal drei Pairway kann es auch gar nicht ne da 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 mal guck was hier so neu ist in da ja in da so jetzt rauch ich mir meine kleine Malbüro zwischendurch Dreck nicht hau auf oder da ne wo oh so kommt wieder Interpol heint sich ha 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 so ne da hab ich gerade hier eine die Leute die haben bestimmt ja die Però perhaps so ihr könnt alle eure Schulden einholen ne für wachs crochet ha ha ... ach ne so was so haben wir hier auch hier's auch kein Win ok Oh, Bunker. Wieso? Der ist doch kein Wind. Nein, der ist doch drauf. Ich wundere mich nur, dass der Andi keinen Bock hat. Der spielt sowas nicht und dann sagt er, er hat sich auch gar nicht runtergeladen. Hallo, du darfst den Andi nicht erwähnen. Oh, ich habe nicht den Andi erwähnt. Ich meinte den Andi-Rennen. Und Andi-Rennen. Ja, so stelle ich mir sowas vor, aber da muss spontan kommen immer. Also auf Kommando. So, jetzt pass auf. Jetzt kommt er. Durch die Brücke. Durch die Golden Gat der Brütte. Durch den Goldenen Gatzweiler. Genau. Ja, das ist ja mein ersten Teil. Bei Alün 2. Ich glaube, da ging es um Gatzweiler. Alün, ja, genau. Ja, wollte ich gerade auch haben. Ich habe aber nur den Vorspann geschafft. Das Spiel wollte er irgendwie nicht. Aber kann sein, dass ich im Hintergrund noch irgendwas anhatte. Mal sehen. Hast du das, oder was? Ja, Alün 2. Ja, der Vorspann... Nein! Knallt er da gegen den Berg. Ach, der ist ein Berg. Ich dachte, das wäre eine optische Täuschung. Eine Fata Mojana. Der wäre geil gekommen. Was war das denn? Den habe ich auch noch nicht gehabt. Haben wir schon mal gehabt? Ja, doch, ich ja. Aber nicht hier auf den. Den habe ich ja schon gespielt. Ach, den hast du schon gespielt. Ja, ja, den Kurs habe ich vor... Was schon da? Wo ich noch aktiv war. Ach so, du kleine Aktivierter. Okay, dann mache ich den Pw. Okay. 62. Mal gucken, ob das noch stimmt mit dem Pw. Onkel Grisou hat es mir beigebracht. Pw, 60x60. Na ja. Der Grisou war für kurze Zeit besoffen. Ja, bestimmt. Ja, der hängt ja irgendwo auf dem Halle-Locker rum. Ach ne, der ist ja nach Österreich. Keine Führungsspitze wieder aufbauen. Naja, das war... Ach, Grisou und Level Air war ja auch so eine Sache. Hey, ich bin drauf, ich bin nicht. Doch, du bist drauf, du bist drauf, du bist drauf, du bist drauf, du bist drauf. Warum sehe ich nichts? Ah, jetzt. Ah, sehr schön. Das kann irgendwas zum Weg anfallen oder was? Oh, das... Ja, die Tate. Ach so. Wollten wir wieder eine Suppe ansehen. Bums! Der war ein bisschen cool. Ja, gut, der steht zu nah. Der hat oberkante, unterkannte Kiefer. Warum müsste ich den SW anstatt den Pw? Hab ich doch. SW. Ja. Ja, hab ich doch. Ja, man sieht so, man spielt jetzt 16. Ja, das hast du gesehen, da war ein Maulwurf. Hat nicht gesehen. Die Goofa war wieder unterwegs. Der hat ihn wieder rausgeschubst. Zurück, zurück bitte. Die Goofa ist ja so, also, ehrlich. Die Goofa ist ja so. Die gibt's nicht nur im Garten. Hast du Garten? Ja, wirklich. Oh, hab ich jetzt mal gewonnen. Mann, cool. Double Boogie hast du gewonnen. Ja, ey. Was ist das? Oh, Katalga. Geil. Ne, Fazibuk. Ach so. Was? Ich hab gerade Fazibuk gesehen, deswegen. Fazibuk. So, Katalga jetzt. Ach, die haben wir. Oh, die haben aber die Nebel schön gemacht. Wie im London. In London? London, ja. Da ist auch immer nebelig. London, so wahr? Perfekt, Sean. Ja, kannst du auch deutsch? Oh, Sharky is online. Nein. Ach, der schnippt ihr wieder ein? Oh, 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 oh. Das wird, oh, das war mal. Ich muss ja wohl auf die andere Seite, ne? Sharky, Sharky. Das Sharky. Das war noch Zeiten. Idiot, ist doch mal weggepemnt. Ja, das hab ich glaube ich noch irgendwo auf WAW. Auf WAV. Nee, ich hab das auch nicht mehr. Nee. Ich hatte mal, da wurde er eingeschlafen ist. Da hat auch noch der Nico geredet. Ich hab das noch nie. Hey, boi geht nur rot. Ich bin kein rot. War du Scheiße. Oah, wo will der denn hin? Ja, wo laufen sie denn hin? muss doch auf die seite ist also kompliziert muss ich nicht dahin so muss ich doch den kleinen der muss oder zu klein das ist ja nicht beim ersten mal so geflogen hey bräzni Er ist wirklich Dresni. Schön, 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 schön... Schön, 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 schön. Ich hab jetzt ein Problem. Oh ja, du liegst bei OE aber hm. Oder OB. Und du hast den Felgen voll vor die Latte. Ich hab den Felgen voll vor die Latte. voll vor die Latte im bei die und warst du nicht oder was Ups ist das denn für Wetter ist nach vorne viel ja klar die täglichen Anrufe es wird er muss nicht warten ja wir wollen verarschen das ist live und on green also guter Schuss ist er schon mal er fliegt in die richtige Richtung war aber jetzt ein bisschen komisch warum macht er nicht direkt so? Ist der behindert oder was? ja ich weiß nicht das war jetzt irgendwie ein bisschen selte Samen ok jetzt kommt cobro übernehmen sie ah da ist es auch ja ein bisschen in die ach so du hast ja Video ne? wir dürfen ja gar nicht durchdrehen ja ja ist immer gut wenn man das vergisst ne? dann kommen doch die besten Zähne haben sie mal gesagt was war das denn? boah was war das denn? boah was war denn für ein Abfeger ja und dabei ist er nur ein kleines bisschen rot aber hm der hat den Rasen rasiert ja ich ich bin der Rasenmäher man hm der Rasenmäher man ja ja und wieder der PW Trick mal gucken Grisou wir denken an dich ja geht doch ja geht doch ja PW mal die Summe die da steht also die Weite über die Entfernung naja das geht noch nice approach nice approach yo was? was? und das rollt das rollt das rollt zu viel obwohl der Rasen schön guckt ah ja die Stalkerin hören nie auf oder? wenn du jetzt ran gehst ist sie im Fernsehen ah was ist das da? das gibt's doch gar nicht wir sind ich glaube ich höre nachher nur auf die Biedernuhlle und denk wir haben eine Nachricht das ist meine Stress das nennt man live es hat immer noch ein tiger oder oder deine neue sonst redet die ja nachher mit dem video und die hört sich dann den nächsten nein das kriegen wir nachher noch haue wie der hand beim andy ich habe den andy rennen nicht erwähnt was sind wir denn hier auch pearl green wieder hast nicht random ach so der kommt ja alles so noch ein klug von meinem jahr kakao oder deiner andere als habe ich wieder habe ich weiß ich ja nicht wem wer da gut ich da gerade anstorkt die eine die ja die will tanzen aber mit anderen ja und die hat jetzt ihre bärchen zusammen wenn du nicht dein geschickt hast alles klar ich hab meinen noch da gibt es noch die die aus mönchengladbach den namen sage ich nüt hallo ist schon klar dass du das video hier machst ne ja ach so moment mal ja stimmt ja du bist ja ich hoffe das ist immer dieselbe nummer kommt ja nicht auf video ich schweige ich mache darüber ein piepst du oder so oder so ein bisschen kurz gerade stand da tiefes loch an der tiefes rot doch da stand tiefes loch zu tiefes oder das wasser damit ich habe nicht so ach dann die kohle um sich dann noch ja nee das ist worte ist zu viel jahre als jetzt mit dem kühlschrank gemacht was ist jetzt gerade die kühlschrank geöffnet hier hat sich aber so angehört spiele ich in der küche oder was was weiß ich immer in der nähe von die fressur naja bin ich fett oder was weiß ich nicht hüpfen mal wenn die erde bebt oder der film wackelt dann weiß ich bescheid richtig richtig hast du keine elektronische waage die sagt steigen sie bitte von mir runter sind zu fett los dicker runter von mir ja ah scheiße hast du etwas verpasst nee ich habe jetzt etwas gefunden was zu essen oder was ja ich habe hier noch kartoffelspeck 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 hast du gestern zur stampftaste oder was nein nein so kartoffelspeck jetzt macht er auch nicht mehr heute training fängt er erst am klar ich war ja eben ach so ich nutze den nachschub oder wird hier das heißt ich muss nachher nochmal wir haben in benni eine runde joggen oder was also die benni musste dann tragen weil du bist ja so schnell beim joggen kommt der kleine benni ja nicht hallo ich bin ja wirklich konzentriert Scheibe doch dass du gerade eine Videoproduktion hast ja ich bin gerade in der Haube nee dann hört die ja nicht mehr auf dann sagt sie ah dann höre ich im Film dann immer mein Piepen mein Klingelton FND ich sag jetzt nichts mehr vorsichtshalber ich weiß ja nicht das hört sich nach hm hm an aber hm hm kann auch sein ja die eine ist zu energisch oh ich hab schon wieder zu viel gesagt die eine ich hab irgendeine Stufe erreicht äh Trophäe gekriegt na die Jenny ist es nicht die spielt Minecraft glaube ich keine Ahnung aha ich hoffe die baut mal ein ne Häuschen was ich mal sehen kann ups wo willst du nennen hm 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 wieder Zeit für PW oh was mach ich das bingabingab hm hm ein bisschen Wollerum Sand nice one hm 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 ja das ist immer störend bei Videoproduktion Andi äh André und und die Telefonierer ja oh weißt du und dabei wollen die alle nur Sex ja und das oh oh wie meinst du mir jetzt mit allen denk doch du bist ja im Video haha ich weiß noch nicht wie laut sie dich hören aber leise ist noch gefährlicher dann denken die du hast was zu verbergen und was zu essen und was zu essen und was zu essen war das Kreuzberg mit Berlin Kreuzberg ja das ist ein Kreuzberg der ist zu hoch oh das ist ja niederschmettert hier feine Gute was ist denn für ein Berg hier so ich hab jetzt ist das hier Andrea Berg oder was ich hab jetzt für klares Verhältnis zu gesagt ich hab gesagt die Hose bleibt heute an Kürzer du weißt du dir immer noch ein Video bist dann reib ich doch einfach nur ja fach oder so na ho 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 da drehte sich im Kreis herum tja die bahn gut gestimmt hat hier das ist aber hier eine schwierige bahn oder die sich oder so ich dachte eigentlich die neuen die kommt ja gleich entgegen hier der traumschiff wir sind jetzt hier oder dreht sich ja aber für die animationen holen oder hier die windrose dritter keine ahnung weil ich da mache weil ihr könnt ihr energie auf sammeln hält weil so viel wind kleine windräder aufstellen und schon katianze sieht mit strom versorgen kann mir wohl die vergessene siegung ja genau die vergessen da wohnst du noch so viel gegenwind dann muss ja ordentlich so in den nächsten wohnen da nicht so du hattest aber mal jetzt habe ich noch verraten ich habe ihn geoutet ich habe ihn mal geoutet ja aber ich habe mich gesteigert ja aber manchmal kommst du ja wieder immer noch sechsen so jetzt muss ich auch 70 und pw und dann sollte eigentlich da vor der stange liegen bleiben müsste eigentlich reichen wenn der wind nicht zu stark ist der hat ihn gut gebremst der wind hallo so 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 die alte grünen die 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 Vielen Dank.